So, Ladebildschirm. Wie geil ist das denn bitte? Ich mag diese Visionen immer von diesem Medizinmann da. Die sind so geil. Die sind immer total abgefahren und abgespaced. Die sind immer total abgefahren. Ja, ich geh ja schon. Okay. Er sieht das Ende von allem. Mhm. Äh. Wieso hab ich keinen... Achso, ich wollte schon sagen. Wieso hab ich keinen Anzeigen mehr? Ja, interessant. So, dann schauen wir mal. Tralalitral. So, hier ist unser Dorf. Dann müssen wir mal gucken. Äh, hallo? Der Controller. Der Controller war schon wieder gerade abwesend. So, wir müssen das Dorf hier ausbauen, haben wir ja gesagt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wirklich mal auf die Jagd. Dass wir einfach mal sagen, ähm... Wir bauen ihnen auch mal hier eine Hütte. Den armen Kerl. Ha, ha, ha. Palu-Winjaf. Maigan ischasta-Guarvis-Kuawara. Der hat uns irgendwann mal... Der hat uns irgendwann mal Pissemann genannt. Ich kann mich noch entsinnen. Als wär's gestern gewesen. Der Drecksack. Und hat auf uns gepinkelt. Ähm... Den baue ich keine Hütte. Natürlich baue ich eine Hütte. So, ähm... Wir brauchen... Ich schau mal eben schnell auf unser Dorf. Und wir brauchen für ihn Jaguar-Fell. Siehst du? Das heißt, da können wir doch erstmal auf die Karte gucken, wo wir Jaguar-Fell überhaupt finden. Oh Gott. Das kann ja... Das kann ja heiter werden. Wo finden wir den Jaguar-Fell? Da haben wir... Wollnasshorn, Säbelzahntiger, Jaguar-Fell... Höhenlöwe. Brauchen wir Höhenlöwe? Nicht auch für irgendwas anderes? Ziege. Mhm. Was haben wir hier? Okay. Braunbären. Da ist wieder Jack. Weiße Jack habe ich die ganze Zeit sonst immer ge... Rotund. Sonst immer gesungen. Jetzt tauchen die auf einmal urplötzlich... Urplötzlich überall auf. Haben wir keinen Jaguar? Gibt's denn Filter? Ich schau mal eben Filter. Jagd. Ja, das bringt mir aber jetzt nicht viel. Ich dachte, man kann hier vielleicht irgendwie... Ähm... Die Tiere filtern oder so. Wo finden wir denn hier Jaguar? Was haben wir hier? Das ist doch ein Wildschwein. Ja, toll. Super. Da ist nochmal ein Säbelzahntiger. Da ist ein Braunbär. Ein Hirsch. Ein Rothund. Da ist ein Jaguar. Und direkt ein... Ah, wie geil. Direkt eine Schnellreise. Da gehen wir direkt mal hin. Das ist doch supi. Das passt doch. Dann können wir nämlich direkt mal auf die Jaguar-Jagd gehen. So. Den Wegpunkt hatte ich... Den... Äh, hallo? Den Wegpunkt hatte ich eigentlich gemacht. Ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, wo ist... Na toll. Hell auf heller Wegpunkt. Ja, super. Finde ich... Finde ich wieder klasse. Oder habe ich den Wegpunkt gar nicht gemacht? Doch, habe ich doch. Hä? Wie schön, dass ich den... Ach, der Wegpunkt ist noch unten. Ja, da ist er. Da. Da ist der Wegpunkt. Den sieht man sehr gut. Liebes Ubisoft-Team. Bitte den Wegpunkt einmal... Ähm... Ähm... Bitte den Wegpunkt einmal bitte irgendwie... Das war riskant. Aber hat geklappt. So, müssen wir mal gucken. Wo ist denn... Äh, ich möchte gerne mal die Keule auspacken. Ich weiß, was ihr denkt. Aber denkt nichts Falsches von mir, ja? Wenn ich sage, ich packe die Keule aus. Es klingt falsch, ich weiß. Immer diese... Ah, da ist ein Jaguar, oder? Nein, es ist ein Wildschwein. Toll. Ich dachte, wir hätten schon einen gefunden. Aber Jaguar würden auch angreifen. Äh... Was? Wenn man mit diese dramatische Musik kommt, denke ich mal... Das sind Hirsche gewesen. Aber hier irgendwo soll der Jaguar rumlaufen. Wir brauchen zwei Stück, glaube ich. Habe ich gerade keine Zeit. Hier unten. Aha. Auf dem Fußboden. Bin ich jetzt schon da? Ich schaue mal eben auf die Karte. Ja, ich bin schon da in dem gewissen Gebiet. Natürlich sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir hier einen Jaguar finden. Na, Timmy, hast du schon irgendwo einen Jaguar erschnüffelt? Dass wir den irgendwo hier mal erledigen können? Am besten zwei. Ja? Auf einem Bein kann man ja nicht stehen. So, warte. Schau mal eben hier oben. Vielleicht können wir von hier oben ein bisschen mehr sehen. Mehr sehen. Da ist doch ein Jaguar, oder? Ja, nee. Ach, hau ab, Bambi. Verdammt. Mit einem dämlichen Punkten auf dem Körper. Wird ja sein können, dass das ein Jaguar ist, aber mein Gott. Wir werden hier niemals so nichts ein Jaguar finden. Was leuchtet denn da so? Warte mal. Was leuchtet denn da? Was ist denn das? Das ist ein Jag... Oder? Ja, das ist ein Jaguar. Das ist ein... Das ist ein Jaguar. Bisschen Kill. Hast du fein gemacht, Timmy. Hast du fein gemacht. Seltenen schwarzen Jaguar. Ich werde bekloppt. Wir finden ein Jaguar unten direkt einen seltenen schwarzen Jaguar. Phil, was? Alter, das feiere ich ein bisschen. Timmy, hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Feiere ich ein bisschen, dass wir direkt einen seltenen schwarzen Jaguar finden. Ist ja hoch... Ist ja faszinierend. So. Ist ja echt faszinierend. Was ist denn da hinten? Ach, das ist wieder Bambi, ne? Da hinten läuft. Versuch gerade mal... Haben die da gerade Probleme mit dem Jaguar oder was? Ah, nee, mit Wildschweine. Oder? Hier läuft einfach mal vom Wildschwein weg. Oh. Was denn? Ist doch alles gut. Hier ist doch nichts. Was sie hat? Verdammt. Wo könnte denn hier noch ein Jaguar rumlaufen? So ein Jägerblick. Mal eben schnell schauen, ob wir was sehen. Da würde sich natürlich jetzt anbieten... Was da hinten? Da sind wir da... Das sind Jaks, ne? Toll. Jetzt, wo du keine Jaks mehr brauchst, findest du tausend Stück. Ähm. Jetzt würde sich natürlich anbieten, wenn man jetzt den Fähigkeitspunkt... Ah, wir... Wir haben schon wieder drei Fähigkeitspunkte. Ich vergesse das immer wieder. Äh, wenn man die Tiere markieren könnte, hatten wir das eigentlich gemacht gehabt? Vier Fähigkeitspunkte, willst du mich verarschen? Verdammt. Uns fehlt ein Fähigkeitspunkt, um die Tiere zu markieren. Alter, das gibt's doch nicht. Ich schau nochmal eben auf die Karte, ob wir jetzt... Ne, wir müssen in die Richtung laufen. Und in die Richtung ist übrigens auch ein... Ne, hinter uns ist ein Lager mit Taschen. Hallo. Wie geht's denn so? Ich hoffe... Ja. Hm. Gibt's denn hier nicht ein Jaguar, der hier rumläuft? Weißt du, da bist du schon im Jaguar-Gebiet. Im Jaguar-Gebiet. Und da läuft nicht ein einziger Jaguar rum. Weißt du, Wildschweine, Vögel... Jaks laufen hier rum. Aber nicht ein Jaguar. Das heißt ja nicht umsonst Jaguar-Gebiet, ne? Guck mal, hier ist ein bisschen Schilf, nehmen wir mit. Kann ich nicht gebrauchen, wieder für unser Dorf. Seltenes Schilf, wie geil. Was für seltene Sachen wir hier finden. Nein, was macht... Wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich muss eben was... Verknusen. Ich wollte gar nicht runterspringen eigentlich. Ich wollte eigentlich den Jäger-Big aktivieren. Und dabei ist er aber losgerannt. Ach, guck mal, Cosmos Shiva ist auch hier. Ähm. Jetzt muss ich mal... Feuer, Stein. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Reichte das eigentlich? Nee, wir haben ja... Wir brauchen ja zwei, ne? Ach, das zählt... Nee, warte mal. Hä? Wo ist denn jetzt hier denn mit seinem Jaguar-Fell? Ach, da. Stimmt, wir haben ja seltenes Jaguar-Fell gefunden. Das heißt, das seltene Jaguar-Fell ist ja für was ganz anderes. Das ist ja wahrscheinlich für den Handwerk oder so. Verdammt. Aber das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo ein Jaguar rumlaufen. Toll. Nächstes mal ein bisschen Alderholz. Können wir auch nochmal mitnehmen. Da ist doch was da. Drüben sehe ich doch... Da ist schon mal der Bambi. Das ist doch unfassbar, dass hier kein einziger... Kein einziger Jaguar rumläuft. Oder läuft die... Wovor läuft die denn eigentlich immer weg permanent? Die ist doch nix. An ihrem Lager. Was habt ihr denn? Oh. Okay, ich nehm... Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Unser erst... Unser erstes Jaguar-Fell... Äh... Erstes Jaguar-Fell? Sagt man das so? Ist das Plural? Äh... Ersten Jag... Ersten Jaguar-Fell? Nee. Erstes Jaguar-Fell. Glaub ich, sagt man so. Ist, glaub ich, richtig ausgesprochen. Haben wir dann so mit. Also hatten die doch Angst vor dem Jaguar. Ich dachte echt, das wär das Wildschwein gewesen, was wir vorhin gesehen hatten. Aber dem war nicht so gut. Gut, dann müssen wir natürlich darauf hoffen, dass hier gleich noch einer angetänzelt kommt. Gut, das war ein bisschen... Da fällt mir gerade was ein, ne? Warte mal. Nein, Timmy. Warte mal. Hm. La 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 la. La 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 la. Nein, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht tun. Es tut mir leid. Das wär cheaten. Das wär erstens cheaten und es würde mir für die... Fürs Raubtier würde es mir... Äh, nein, das ist... In der Seele weh tun. Tut mir leid, das kann ich nicht. Das, äh... Nein, das kann das. Das mach ich nicht. Sowas, sowas tue ich nicht. So, wo müssen wir denn... Entschuldigung. Da oben läuft was im Dickicht, oder? Ne. Ich hab schon Paras. Ich seh schon wieder überall Dinge. Ähm. La 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 la. La 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 la. Ich höre was, aber ich seh nichts. Da ist ein Jaguar, oder? Ein Selden, das schon wieder. Wie krass. Bleib stehen. Scheiße, jetzt rennt er auch noch weg. Mann, hätte ich den mal mit den Pfeil an. Schnapp ihn hier, schnapp ihn hier. Wo ist er? Da. Verdammt, kacke. Ja, survival. Äh. Äh, 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 äh. Oh, Mammut-Gewick. Ciao. Was war das denn? Ach so, ein Wildschwein, ne? Bestienkill. Sehr schön. Wo hast du den erlegt? Äh, wo ist, wo ist, wo ist das, wo ist das Jagd? Aua, aua, aua. Hör auf. Hör auf, lass das. Lass das, hör auf. Lass das. Du kannst eh nicht treffen. Du Penner. So. Bäm, aus dem Bild. Bäm, hau ich ihn erst mal aus dem Bild. So, wo ist jetzt? Aua, aua, was? Da greift uns Timmy einfach mal an. Ich glaub das nicht. So, erstmal was schnabulieren. Ich hab Hunger. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wo ist denn hier die Besti... Ah, hier, oder? Nee. Verdammt, wo ist die Besti am Liegen? Ich geh mal hier dem gelben Nebel entlang. Ist es hier? Hallo? Wo hat er denn erledigt? Verdammt. Scheiße, ey. Mein Gott. Timmy! Ach, ist es ja nicht Timmy, ne? Es ist ja nicht Timmy. Es ist ja Gizmo. So. Verdammt. Ja, komm hier. Ist auch gut. Aber jetzt sag mir nur, wo du den seltenen... Seltenen Jaguar erlegt hast. Ey, verdammt. Dass ich den nicht finde. Das muss ja hier irgendwo gewesen sein. Das muss hier gewesen sein irgendwo. Verdammt, das ärgert mich. Warte mal, wir sind... Das gibt's doch nicht. Wir sind doch hier lang gelaufen. Da hinten patrouillieren auch schon wieder... Ah, nee, da sind... Wir sind hier lang gelaufen, ne? Dann kamen die von... Genau, hier kamen die. Und hier hat er den irgendwo erlegt. Das gibt's auch nicht. Man muss den doch irgendwo... Gibt's denn auf... Zeigt er den auf der Karte an? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, warum auch? Super. Ganz toll. Gizmo hast du ganz toll gemacht. Du bist schuld. Jetzt finde ich den seltenen... Seltenen Jaguar... Das seltene Jaguar-Fell finde ich jetzt nicht. Wegen dir. Ist es hier am liegen, vielleicht? Vorsicht, die Imulenzen-Kamera mal wieder. Nein, finde ich nicht toll. Ganz klasse. Ganz, ganz großes Kino. Naja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir trotzdem mal weiter jagen. Ja, wo ist... Was? Wo? Was? Niemand greift Gizmo an. Höllenlöwen. So, und damit... Brauchen wir Höllenlöwen nicht auf? Nee, nee. Ja, unser Gizmo hält halt das Problem bei unserem Gizmo hier. Der hält halt, wie gesagt, nicht viel aus. Deswegen werde ich mal wieder unseren Höllenlöwe rufen. Höllenlöwe gegen Höllenlöwe. Was hier? Ach, es ist ein Baum. Ich habe schon... Da lief doch was. Da lief gerade was. Was ist denn das? Ach, es ist wieder ein Wildschwein. Ich habe mal diese... Ich habe mal so ein bisschen... Ich bin ganz ehrlich. Ich würde es gerne mal probieren. Bin ich ganz ehrlich. Aber das Problem ist, Mammuts greifen immer in Herden an. Also in... In großen, großen Herden. Und ich finde die Tiere so geil. Ich traue mich nicht, sonst zu erleben. Das ist... Das tut so weh. Aber ich muss es eigentlich tun. Ich muss es. Es bleibt mir in dem Spiel nichts anderes übrig. Verdammt. Jetzt haut er auch noch ab. Ich glaube das nicht. Ich dachte, der greift an. Der andere ist aber auch nicht so gerade begeistert davon, was wir gerade tun. Aber wir müssen mal irgendwie schauen, dass wir vielleicht noch den... Oh, oh. Oh! Alter, der andere ist voll sauer. Der andere ist voll... Der andere ist voll stinklich, dass wir den erledigt haben. Verdammt, wir müssen weg. Der andere ist down. Geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Wir haben das Mammut. Oh, 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 oh. Timmy, hier, Timmy, hier, hier, nimm. Nein, aua, 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 aua. Aua, aua. Äh, geh weg. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Immer schön auf den Hintern hauen. Das geht da jetzt endlich mal zu. Oh, denn... Mann. Tuschi. Tut mir leid, ich muss es tun. Wir brauchen Mammutfell. Oh, Mann. Das habe ich ja nur einmal gemacht. Ich fühle mich so schlecht gerade. Ich fühle mich sehr schlecht. Was, 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 was? Da, 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 da lief ein Jaguar. Da lief ein Jaguar, oder? Bleib stehen. Zum Einen. Ach, nee, das sind... Boah, wie könnt ihr euch alleine kümmern? Da habe ich gerade keine Zeit. Ich muss mich um meinen Jaguar kümmern. So. Sollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier, ähm... Na, 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 na. Das wir... Das wir, das wir, das wir, das wir. Ähm... Was war das? Äh, ciao. Nee, ich hab, nee, nee, ich hab keinen von euch erledigt. Ich, ähm, nee, das, äh... Die liegen da einfach nur rum, die sind schlafen. So. Es muss doch hier immer noch ein Jaguar rumlaufen. Das kann doch nicht sein, dass hier kein... Stehen wir überhaupt richtig? Nö. Da müssen wir hin, ne? Genau. Ähm. Das will ich kein Jaguar mehr finden. Uns fehlt nur ein dämlichen Jaguar-Fell. Das kann doch nicht sein. Jetzt wird's gleich Nacht, weißt du? Und dann, dann findest du wieder ganz andere Tiere. Und voll... Was macht er denn? Was macht er denn? So. Was? Wer, wer... Achso. Timmy war das, der da gerade so ein bisschen geschimpft hat. Hat der Baum nicht gerade geläuchtet? Naja, ich hab schon... Ich sag doch, ich hab schon Paras. Äh... So. Wo ist denn... Wo haben wir denn... Haben wir denn kein Jaguar mehr hier? Wir haben ja jetzt auch Mammutfell. Das heißt, wir könnten theoretischerweise... Na... Ach, was mach ich denn? Ähm... Theoretischerweise im Dorf eigentlich ihre Höhle, ne? Ach, wir brauchen noch ein Mammutfell. Ich hatte mir echt Mammut schwerer vorgestellt zu töten. Geht weg. Geht weg. Keine Zeit jetzt für euch. Alter, geht doch! Geh einfach... Ähm, du kleiner Stricher. Ähm, Entschuldigung. Jetzt haut er ab, weil er alleine ist, weißt du? So, warte. Oh, oh, das sind zwei. Ah, was? Aua! Leon, ich grüße dich. Äh, ich muss weg. Ich klemme, ich klemme. Nein, was? Was? Ich hing am Baumstumpf. Ich konnte nichts machen. Wie dumm ist das denn? Alter. Leon, ich grüße dich. Hallöchen. Komm zum Live. Let's play. Ähm. Ich hing am Baum... Am Baumstumpf. Wie mies ist das denn bitte? Ach, leg mich doch am Arsch. Hm. Hä? Zack. Ähm. Das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Da sterbe ich einfach mal weg. Na toll, jetzt bin ich hier unten irgendwo. Hm. Wir bräuchten noch ein Mammutfeld. Das ist... Vor allem ist es auch gar kein Mammutgebiet in der Gegend. Wir wollen einen auch verarschen, glaube ich. So, wir müssen in die Richtung, ne? Wir müssen doch nochmal in das Gebiet rein. Weil erstens will ich nochmal einen Mammut haben. Und zweitens gucken, vielleicht finden wir... Mich verlässt schon die Stimme. Vielleicht finden wir auch auf dem Weg dort nochmal einen Jaguar. Ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal. Hm. So. Vor allem ist es überhaupt gar kein Mammutgebiet, aber wir tauchen einfach mal... Ach, du Scheiße. Nee. Nee. Alter, geh mir doch aus dem Weg. Du kleiner... Hm. Warte. Hm. So. Äh. Nee, PC ist es nicht. Ich spiele auf der Playstation 4. Hm. Hm. So. Bleib mal stehen, Timmy. Bleib mal stehen. Du bist heiler. Hier kleiner. Hm. Hm. Hm.